Also die Arbeit heißt Mein Deutschland und es ist ein Ordner für Flüchtlinge und Ehrenamtliche hier in Deutschland. Darüber können die sich austauschen, über Hobbys, über die Kultur, was esse ich gern, woher komme ich, woher kommst du und auch ein bisschen schon die Schrift und Sprache kennenlernen. Es funktioniert so, der Ehrenamtliche und der Flüchtling, die setzen sich zusammen hin mit dem Ordner und es gibt sechs Kapitel mit verschiedenen Themen, die dann dann zusammen durcharbeiten. Da gibt es dann Möglichkeiten, sich über Bilder zu verständigen, über Sticker, da gibt es kleine Piktogramme und es gibt auch immer wieder Platz, wo man was reinzeichnen oder selber was reinkleben kann, zum Beispiel Fotos von der eigenen Familie.